Musik Musik Ja, hallo und herzlich willkommen bei der nun siebten Folge vom Let's Showplay Minecraft mit TKX also mit mir das ist jetzt der zweite Versuch beim ersten, den ich gerade eben gemacht habe hat dieses tolle Programmchen hier den Sound nicht mit aufgenommen, meine Stimme meine ich, deswegen jetzt einfach nochmal aber ja ich hatte gerade die Höhle erkundet, mit ganz viel gelaber und wow das ist in der Vein jetzt hier gerade die wir hatten ja, es wurde sich auch ein bisschen andere Musik mal gewünscht von jemand und deswegen jetzt mal ein bisschen eher an Höhlen angepasste Musik auch nicht so richtig aber immerhin ein bisschen äh, hier geht's nach oben und zwar war das Problem dass ich kein Holz für eine Workbench habe mehr das gehe ich mal ganz schnell erholen naja wir haben ja Zeit apropos Zeit mal kurz gucken und gut ähm ich kann nicht mehr springen ja, wir befinden uns jetzt im Pre-Release Nummer 9er äh, Nummer 9 ja Nummer 3 von der Minecraft 1.9 jetzt jetzt habe ich den Bogen und ja es sind viele neue Sachen dazugekommen außer das Textrapik das ist immer noch das gleiche sogar von 1 9 2 das gleiche und hier sind Pilze Ongmas Pilze Ongmas ach jetzt komme ich hier an dem Ausgang raus ich bin auch schon jetzt gerade einmal wieder gestorben ich war schon Level pff 119 oder so und ja jetzt nicht mehr naja guckt mal Hühner ach komm wir holen uns jetzt mal ganz schnell hier die ganzen Eier kann ja auch nicht schaden ich frage mich echt wie diese ganzen Hühner rauskommen also wie 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 die immer nach da draußen kommen ich meine eigentlich ist der Zaun so hoch dass sie nicht rüberfliegen können och komm gackert hier nicht so laut rum wir haben besseres zu tun wir müssen etwas erledigen holz holen also man sieht ich habe auch einiges gefarmt schon ach da kann man ja gleich mal hier ein bisschen was äh hier lassen da ist die Stone Pickaxe hier ein bisschen Iron was sich so gefarmt hat das sammelt sich halt so ne ja was braucht man so alles nicht keine ahnung das können wir mitnehmen alles ja den Red Storm brauchen wir nicht und die Bone auch nicht hab ich jetzt Holz Holz hab ich so dann craften wir mal ganz schnell eine Workbench ja und ganz schnell mal zwei Iron Pickaxes so weiter geht's mit Schwalb schießen sag mal ist hier überhaupt Zufallsabspielung dran das ist doch direkt der Titel danach Moment nee ist es nicht an so jetzt aber na geht ja gar nicht was tue ich nur für einen Mist Stay of my life nein ich sing jetzt hier nicht mit das ich will euch ja auch nicht verschrecken und weil ich euch nicht verschrecken will muss ich ja mal ganz schnell sortieren oh Höhlensound äh so so kann man das halbwegs lassen njam 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 Essen wird auch langsam knapp also allgemein bin ich die ganze Zeit hier auf der Suche nach Diamanten und nicht nach irgendwelchen lautstöhnenden Zombies naja ignorieren wir diese die Creeper ignorieren wir aber mal nicht so haha ich bin immer noch Level 1 äh äh naja ach wieso spawnen denn die hier warum hat der mich jetzt erst gefunden crit- oh critical hate äh ach hallöchen da unten hua Njam, 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 njam. Damit sich unser Leben mal wieder... Na, stellt sich nicht wieder her damit. Ach. Man ist gestorben. Und tot. Noch mehr als vorher. Haha. So, wo kommen wir denn hier oben eigentlich hin? Zu massig Gold und Creepern. Bäm. 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 Ha, ha, ha. Ihr seid alle des Todes, ihr Creeper. Und Unholde. Oh, Level 2. Da wird mir auch total levelgeil irgendwie. Das geht gar nicht. Ich bin immer sehr gespannt, wie sich das Ganze anfühlt hier in Minecraft mit den Leveln. Und die ganzen Errungenschaften oder was auch immer, die Errungenschaften nicht. Wie heißt es denn, diese Verbesserungen, die du da machen kannst? Oh, es ist Tag. Man sieht es ein bisschen am Nebel. Weil wir uns so weit unten befinden, haben wir jetzt ja hier den Nebel. Finde ich ein bisschen merkwürdig, aber gut. Warum auch immer die das so gemacht haben. Ähm, wo kommen wir denn hier drüben hin? Ach, hier kommen wir runter. Ich werde das ganze Video auch im Nachhinein ein bisschen aufhellen, damit ihr auch seht, was ich sehe. Weil ich finde es doof, in-game, also jetzt in-game hier, diesen, äh, wieder 4 nochmal. Das erklärt einiges. Auf 71 bitte. Aber gut, das ist kein wirklicher Unterschied. Auf 80. So. Äh, nee, was ich meinte ist hier, das hier so hoch zu stellen, das, da seht ihr zwar auch mehr, aber den gleichen Effekt kann ich auch mit ein bisschen Videobearbeitung erreichen und dann sehe ich ein bisschen, äh, weniger, was deutlich mehr Effekt erzeugt. Und ich mag es, wenn ich Effekte sehe. Haha, ich bin Effektgeil. Und mal gucken, welchen Effekt das Hahn wird, wenn ich hier oben die Wasserquelle blockere. So. Ha. Was hat sich doch verändert? Oh. Sonnenauf oder Untergang gerade? Vermutlich Untergang. Das ist unser Untergang. Ihr müsst hier nicht eigentlich, äh... Ha, er nutzt den Trick. Nein, ein Kreis in Minecraft. Ähm, Level 12. Da müssten doch hier irgendwo Diamanten und so sein. Ha. Das ist sowieso lustig mit der Lava komplett unten, dass hier ein kompletter Lavasee ist. Und wieder mal Wasser, was blockiert werden möchte. Lalalala. Ist eigentlich viel zu schillig für so eine Höhle, die Musik. Aber ich mach das ja allgemein mehr schillig hier alles. Das ist ja... Hat ja alles keine Eile. Wir müssen ja nicht irgendwie vorm Essen fertig werden. Wobei, doch eigentlich schon. Aber es ist nicht definiert, was fertig werden soll. Egal, was du tust. Werde fertig. Okay. Und zwar jetzt. Okay. Bist du fertig? Ja. Führst du Selbstgespräche? Ja. Ja. Hörst du schillige Musik gerade? Äh, ja. Stellst du dir selber sinnlose Fragen? Nein. Niemals. Setzt du eine Fackel? Ja. Findest du Eisen? Gut. Aber ich hab nicht gefragt, wie du es findest. Hm. Jetzt gehen mir gerade meine dummen Sprüche aus. Hätte ich auch nie gedacht, dass das mal passieren kann. Oh, ich hab da Eisen zugebuddelt. Schande über mich. Los, hatet mich. Los, jetzt, sofort. Auf der Stelle. Deabonniert mich. Oh, damit könnt ihr auch mal gut Werbung machen. Deabonniert mich. Und bekommt 200 Euro. Ihr habt mich nicht abonniert? Tja, ihr könnt nichts gewinnen. Das wäre die ultimative Werbung. Ich glaub, die Werbetrommel nehme ich. Und irgendjemand hat sie da sogar schon in Anspruch genommen. Einzige Problem ist, ich kenn nicht seinen Namen. Ich kann ihn nicht mal haten. Ich hab's nicht mal vor. Schlimm, schlimm, schlimm. Ich meine, hat irgendjemand, ich hatte ja sieben Abonnenten. Also momentan sind's ja nur noch sechs. Wobei ich bei allem gar nicht weiß, ob er die Videos überhaupt guckt. Aber egal. Hauptsache, es gefällt denjenigen, die es gucken. Es wäre schön, wenn es noch mehr wären würden. Aber ist ja auch nicht unbedingt Pflicht. Also ich meine... Wobei doch, eigentlich ist es Pflicht. Eigentlich ist es Pflicht, weil man macht sich auch ganz schön viel Arbeit. Ich sag irgendwie in jeder Folge, dass das ganz viel Arbeit macht. Warum mach ich's dann, wenn's mehr so viel Arbeit macht? Ich wette, es haben sich einige von euch, von den sechs Leuten, die sich das angucken, auch gefragt. Was der hier eigentlich dumm ist, labert. Und was labert er? Und, ah. Und warum ist die Musik jetzt auf einmal weg? Ich glaub, das frage ich jedes Mal bei diesem Titel. Huch, hier ist noch dunkel. Es ist dunkel. Nein. Wir müssen durchrennen. Scheiße, keine Fackeln. Ähm. Keine Ahnung. Hier, komm, mach mal. So, wieder genug Fackeln. Wir müssen durchrennen. Und alle Mineralien übersehen. Und sie jetzt finden. Oh. Stein. Toll. Was ist denn das hier? Ach, das ist dieser dämliche Titel. Na ja. Ich kann nicht im Takt springen. Ja, und die Musik hättet ihr bei mir jetzt auch nicht erwartet, wa? Das ist von Bad Boys 1. Die Filmmusik dazu. Fragt mich jetzt nicht, welcher Titel. Irgendeiner davon. Da ist Eisen. Hier ist überall Eisen. Hier sind Mineralien. Und wie ja schon festgestellt wurde, ich bin eine Mineralien-Hure. Junkie. Irgendwas. Typ. Ich bin Typ. Guten Tag. Mein Name ist Peter. Ich bin Typ. Ich bin Typ. Und was sind Sie? Kann es sein, dass ich in Höhen mehr sinnloses Zeugler war als sowieso schon? Ist das vielleicht um mich abzulenken? Weil ich hier Skelette höre. Habe ich ein Skelett gehört? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ach, hier war ich schon. Ja, hier muss ich ja schon mal gewesen sein. Hier sind ja Fackeln. Irgendwie passt das so gar nicht zu Höhen. Aber egal. Wir sind ja jetzt hier nicht. Das hat ja keinen Anspruch, irgendwelche musikalische Wertvolligkeit zu erweisen. Mein Deutsch wird am Abend auch nicht besser. Mein Gedächtnis auch nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich am Anfang gesagt habe. Na egal. Ich sage es jetzt nicht nochmal. Selbst wenn ich es nicht gesagt habe, dann entschuldige ich mich hiermit. Könnt ihr mir mal schreiben, ob ich es gesagt habe. Was? Wo? Wann? Wie? Fackel. Ach. Dich gibt es auch noch. Hi Horst. Ja wie, wo ist er hin? Hm. Jetzt wollte ich dem Hallo sagen. Ist ja jetzt der Runter herflogen. Unfär. Hm. So, wie kam ich jetzt dahin zurück? Ich glaube hier lang, wa? Sprinten! Wow, knapp. Gut, ich glaube... Ja, doch. Ja, nach dem, was wir jetzt hier so gesammelt haben, nicht so viel. Und dem, was wir so gelabert haben, extrem viel. Und dem Sinnvollen, was wir gelabert haben, null. Äh, machen wir jetzt Schluss mit dem Blick auf diese schöne Fackel. Moment. So. Spawnpad. Und... Ciao.